Nö, das ist ein Schurke. Das ist überhaupt nicht gut. Hey, ich will dich beeindrucken. Nicht töten. Nicht töten. Böser... Böser Schurke. Böser, böser Schurke. Böser Schurke. Also das ist so ein Schurke, von dem ich geredet habe und die haben ziemlich viel Lebenspunkte. Es ist mir egal, ob du es magst oder nicht. Du bist jetzt trotzdem mein Verbündeter. So. Komm, in mein Team. Ich kann dich gut gebrauchen. Ich tanze und tanze und tanze. Und du wütest und wütest und wütest. Und ich singe und singe und singe, obwohl du es überhaupt nicht von mir verlangst und du total abdrehst. Aber trotzdem bin ich besser als du. Haha. Und. Und, 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 und. Ja, jetzt auf einmal. Natürlich, klar. Guter Junge. Dörfler, besorg dir... ...dir drei Gruppenmitglieder anderer Spezies. Okay? Hatte ich auch noch nicht. So. Jetzt seht ihr hier diese Abzweigung dort. Das ist... Oh je. Ich höre gerade eine epische Kreatur. Ihr könnt die nicht hören, aber ich sag's euch, dass sie dort ist. So, und jetzt habe ich hier ein Nebennest entdeckt. Und das könnte ich jetzt zum Hauptnest machen. Beziehungsweise, ich mache es zum Hauptnest. Möchtest du dieses Nest wirklich zu deiner Heimat machen? Wenn du stirbst, wirst du dann hier wieder geboren. Yep. Der Schurke soll mir folgen. So, wo ist denn die epische Kreatur? Ähm. Ja, sollte ich mal irgendwann auf eine epische Kreatur treffen, werde ich das natürlich als... ...als Special machen. Irgendwie halt... Nein, ich will zurück und rammen. Der Schurke macht natürlich die meiste Arbeit. Ist ja klar. Und schon sterben sie aus. Das... Ich hole mir währenddessen das hier. Oh Mann, ein Verbündeter von mir ist gestorben. Hey! Rosco, hilf mir! Nein, ich bin vergiftet! Ich bin vergiftet! Nein, stirb nicht! Wow, ich habe mich gerade noch so heilen können. Gerade noch so, ey. Hier irgendwo über mir ist doch ein Raumschiff, oder? Aber ich sehe es gerade irgendwie nicht. Ah, dort ist es. Seht ihr es? Das Raumschiff. Also es gibt anscheinend schon... ...modernes Leben. Irgendwie. Und... Ah, schütt, dann muss ich weg. Das ist mir auch noch nie passiert. Scheiße, die wollen mich! Nee. Wow. Glücklich. Das ist mir auch noch nie passiert, dass irgendwie so ein Raumschiff wirklich was aktiv gemacht hat. Im Normalfall war es dann meistens so, dass die irgendwie, keine Ahnung, ich weiß es nicht, äh, was gemacht haben. Also, im Normalfall sind sie nur drüber geflogen und haben anscheinend gescannt oder so. Hey, du Arsch! Schurke! Du Arsch, Schurke! Komm! Und betäubt. So. Jetzt brauche ich deine Hilfe, Schurke! Schurke! Hilf mir gefälligst! Arschloch! Dafür habe ich dich ja geholt, ey! Mann, ey! Lol! Mann, schon wieder ein Raumschiff irgendwo! Oder ist es jetzt weg? Das kann natürlich sein. Schurke, ich brauche deine Hilfe! Du sollst nicht wegrennen! Mann, ey! So, jetzt kannst du dich heilen. So, reicht's? Jetzt reicht's dann gleich. Mitessen. Dort ist noch irgendwie ein... Huch! Ein... Noch ein Schurke, okay. Ja, ich rufe gerade meine Verbündeten. Und zwar, weil... Ich den hier auch beeindrucken will. Alle Schurken kommen mir nur zugute. Weil die sind super stark. Dann bezaubern wir es doch mal. Ja, der hat ein Spuckding an seinem Arsch. So. Wow, wir sind fast fertig. Ihr seht's. Und wir sind noch keiner epischen Kreatur begegnet. Das bedeutet... Ich muss das so langsam aber sicher mal machen. Dass meine Gesundheit steigt. Hm, ja. Dann werde ich auch irgendwann auf die Suche gehen nach so einer epischen Kreatur und euch dann zeigen, wie man die am besten besiegt. Denn ich habe schon mal alle drei epischen Kreaturen besiegt. Also in einem Spiel. Und ich weiß definitiv, wie es geht. So, Schurke ist in meinem Team. Jetzt brauche ich nur noch den dritten Schurke. Dann kriege ich, glaube ich, noch eine Herausforderung. Ich weiß es nicht so genau, weil ich es noch nie gemacht habe. Oder beziehungsweise, wenn ich es gemacht habe, habe ich es mir nicht gemerkt. Aber ja, okay. So, ein Auge. Und ein Stachel. Oder so. Hm. Ja, okay, gut. Wir gehen den Weg weiter. Was auch immer das ist. Galarok. Ne, sieben Galarok sind mir zu viele. Dann gehen wir direkt mal weiter. Oh, die... Die sehen doch mal lustig aus. Okay, die müssen dran glauben jetzt. Warum ich das mache? Ganz einfach. Meine Verbündeten machen das schon. Die regeln das ohne weiteres. Super easy. Weil die Schurken sind wirklich super stark. So, seht ihr. Die Schurken sind... Ich weiß gerade gar nicht, wie stark die wirklich sind. Aber ich weiß, dass sie super stark sind. Und so, betäuben. Also, Rammen bringt eigentlich nicht viel an Schaden. Wow, irgendwo... Ah, eine Monster-Kreatur. Okay. Jetzt haben wir ein Problem. Denn ich bin hier in keiner Nähe des Nestes. Und ich habe auch kein Spucken. So, der wird jetzt mich angreifen. Nein, er wird es doch nicht. Shit, weil ich kein Spucken habe. Okay, dann lasse ich mich mal töten. Oh, verdammt. Ah, nein. Lass mich. Lass mich in Ruhe. Lass mich. Lass mich. Nein. Nein. Ah. Ja, 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 ja. Fliegen. Flieg, 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 flieg. Autsch. Ah. Verdammt. Oh, Mann. Die Schurken sind schon... What? Hey. Naja, okay. Ich kann es auch anders machen. Ich kann ihn nämlich... So, komm mit. So. Komm, 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 komm. Ja, guter Junge. Guter Junge. Ganz guter Junge. Und komm. Komm, 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 komm. Komm. Ja, komm doch. Hier bin ich. Siehst du mich nicht? Ja. Wo, 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 wo. Na, komm. Komm, 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 komm. Also, ich gehe jetzt hier gerade nur rückwärts, damit ich den immer im Auge behalte. Wo, 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 wo. Weil ich will ans Nest. Das ist die einfachste Möglichkeit. Und hopp. Und schnell wieder weg. So. Und zwar. Können wir das so ganz einfach machen eigentlich. So. Jetzt greifen wir ihn an. Und hopp. Zack. Okay, balzen jetzt kurz mit unserem Partner. Und zwar hole ich mir jetzt spucken. Das geht, indem ich mir, ne, nicht unter Maul, nicht unter Augen, nicht unter Greifen, nicht unter Füße, unter Wacken, genau. Hole ich mir diesen Hut dort, irgendwie. Und tu mal die Schwänze da nach hinten, da wo sie hingehören. An, ein Schwanz an ein Schwanz, okay. Passt. So. Okay. Okay.